Telekom LTE Feldtest und schieben dann die SIM-Karte in den Schlitz, bis Sie ein kleines Klicken hören. Dann verbinden Sie das LAN-Kabel Ihres Computers mit einer der LAN-Schnittstellen und können dann auch das Speedport mit dem Strom verbinden. Das Speedport startet nun. Sie sehen, eine der LEDs an den LAN-Schnittstellen leuchtet. Ebenso wie die Power-LED des Speedports. Es dauert einen Moment, bis das Gerät das Netz findet und die Verbindung herstellt. Sobald die Verbindung ins Internet hergestellt ist, wird auch hier neben dem 4G ein grüner Punkt angezeigt. Es ist nun mittlerweile ein Signal gefunden worden. Wir haben drei von insgesamt fünf Balken. Dies wird als normale Signalstärke eingezeigt. So, der Verbindungsstatus hat sich nunmehr auf verbunden geändert. Was wir auch hier sehen, dass ein grüner Punkt neben dem 4G-Symbol ist. Wir sind nun im Internet und führen einmal einen Speedtest durch. Wir sehen hier unten, unser Provider ist die Telekom Deutschland GmbH. Und der Server bringt uns 3,3 Mbit im Downstream. Jetzt läuft die Upspeed-Messung. Der Upstream ist am Anfang immer etwas höher als der Downstream oder kann sogar höher sein. Allerdings erfolgt scheinbar eine netzseitige Drosselung auf etwa ein halbes Mbit. Genau, Ergebnis des Tests lässt sich 3,34 Mbit im Downstream und 0,57 Mbit im Upstream. So wie eine Pingzeit von 73 Millisekunden.